Ich lerne Deutsch. Nummer 10.815 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Im Restaurant bestelle ich nur eine kleine Portion. Das reicht mir. Kaffee ist das wichtigste Exportgut des Landes. Ich beziehe ihn nur von dort. Ich beziehe ihn nur von dort. Kaffee ist das wichtigste Exportgut des Landes. Ich beziehe ihn nur von dort. Regenbögen haben die Farben rot, orange, gelb, grün, blau und violett. Regenbögen haben die Farben rot, orange, gelb, grün, blau und violett. Die Reinigung von elektronischen Geräten stellt sicher, dass diese einwandfrei funktionieren. Die Reinigung von elektronischen Geräten stellt sicher, dass diese einwandfrei funktionieren. Die Reinigung von elektronischen Geräten stellt sicher, dass diese einwandfrei funktionieren. Der Erfolg politischer Reformen hängt von ihrer Akzeptanz in der Bevölkerung ab. Die Natur ist eine ewige Quelle der Inspiration. Die Natur ist eine ewige Quelle der Inspiration. Die Natur ist eine ewige Quelle der Inspiration. Der Hund hat den Ball aus dem Wasser geholt. Der Hund hat den Ball aus dem Wasser geholt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Natur ist eine ewige Quelle der Inspiration. Das ist eine ewige Quelle der Inspiration.